Moin moin und herzlich willkommen zu 7 days to die. Es ist 22 Uhr abends und ja, ich weiß immer überlegen, ob ich die Nacht jetzt erstmal hier so ein bisschen aufräume und mache und tue, aber ich dachte, machen wir mal einen kleinen Nachtausflug zur Abwechslung und sehen, ob wir das überleben werden. Aber erstmal müssen wir noch ein bisschen was essen würde ich sagen. Wobei, wir haben uns das mal rein. So, trinken haben wir noch genug. Und Munition sieht gut aus. Kann man auch auffüllen. So. Ja, ich denke mal, das sollte gehen. Okay, ja. Brightness habe ich schon ein bisschen hochgestellt auf 80. Da müssen wir ein bisschen was sehen. Deswegen sieht das hier noch so hell aus. Und die Frage ist... Oh. Hä? Ist er weg? Da war doch gerade ein Bär. Habe ich schon Warnvorstellungen? Da war gerade ein Bär. Definitiv. Weil es ist ja so, dass Sachen spawnen und wieder de-spawnen. Wollte gerade den erlegen und war weg. Hm. Okay, was machen wir? Ich denke mal, wir knöpfen uns die Garage davor. Denn wir brauchen sowieso Benzin und Eisen und Öl und was nicht alles. Ist alles in Ordnung. Jo. Das können wir dann nämlich da noch die Tage mal aufrüsten. Auf Eisen. Zumindest die Stangen da oben. Na, zwar in der nächsten Blutmondnacht wird zwar auch noch nichts passieren bezüglich Spuckern oder so. Hier waren wir schon, ne? Ja. Aber... Besser ist das. Hm. Komisch. Na gut. So, dann schauen wir mal hier die schwebende Garage. So hier, ne? Genau. Dann denke ich mal, dann räumen wir hier mal. Oh, jetzt wird es dunkel. Machen wir mal die Funzel an. Wer ist hier, der ist. Wer ist jetzt hier? Guck, hier haben wir auch schwebende Autos. Scheinbar keine Zombies. Warum die sich da versteckt. Sechs Öl ist eher schön. Habe ich schon versorgen gehört. So ein bisschen. Jo, da auch wieder. Und da kommt was. Ist aber so ein bisschen schaurig, ne? Ich mag das. Weiß ja nicht so ganz genau, wo sie sind. Ich mache hier genug Krach. Da rennt er da oben rum. So, das müsste eigentlich die westliche Beute aufgeweckt haben. Wo doch nicht. Also die Autos machen wir gleich, ne? Wir nehmen jetzt erstmal hier... Wir schenken hier erstmal eben die Lage. Den können wir mal auf dem Dach rum. Hier ist auch noch ein zweiter Stock. Aha. Da liegt schon jemand. Man könnte jetzt natürlich auch Stealth mit Pfeil und Bohm und so. Aber da sie rennen und der erste Fall sie meistens nicht tötet, hat das dann auch keinen Zweck. Uh. Da fällt mir ein. Die ist genau okay. Guck mal, wer da kommt. Moin. Moment geht's da eigentlich noch. Ich hab einen S 70 mehr. zombies gerechnet also in der Einstellung habe ich nichts geändert wir sind immer noch auf Stufe 16 also 16 Zombies das ist natürlich hauptsächlich für Blutmond nach gilt ich weiß im Moment jetzt gar nicht so genau ob sich das auch bei dem bei der Anzahl der ja sleeperzombiesig sieht das glaube ich nicht aus macht hier irgendwo auch keinen Sinn wenn jetzt man kann es auch 64 stellen in ein Haus wo normalstandardmäßig vielleicht 10 drin sind das ist aber auch mal 64 drin sind dann ist die Hütte voll das wird wohl auch nicht klar die Hütte voll blablabla blablabla könnten wir vorstellen dass sie hier alle sind ein sehe ich schon zwei und ein kriecher okay das ja doch okay ist natürlich auch noch in stealth mode gehe das ja ich hab's gewusst und da wacht dann die krankenschwester auf weil unten kommt gleich ein hund das habe ich schon gehört und hier oben waren das alle die kommen wahrscheinlich nicht durch diese ach da ritter hoch da kommt die unterhalterin hallo das hört sich nach mehreren leuten an wo kommt die jetzt aber mal her rechheit wollte mich verarschen dass hier beide aufgänge blick wenn soll ich na scheiß tag erwischt also von nah betrachtet sieht man schon die neue qualität der texturen jetzt das war's dann auf zum fröhlichen luten hier guck war noch easy hallo tag 9 was haben wir für ein level da oben 17 ist natürlich auch noch nicht so ja höher der level ist ne desto schwieriger wird's ja und vor allen dingen auch natürlich immer für die die es vielleicht nicht wissen ähm quatsch ja spielstadium 28 und ähm da nächstes leben oder derzeitiges leben ne je länger das ist sagt sich das spiel hallo das geht so nicht da muss was passieren und dann wird's auch ein bisschen das geht sich auch ein bisschen auf die schwierigkeiten aus aber so das nehmen wir auch mit das lassen wir mal ich lass den aber eigentlich genug wir müssen auf dem platz aufpassen die kommen wir eigentlich auch zulegen wir bringen eh nicht viel ähm wir können ja eigentlich unseren Mopel doch noch nehmen platzieren ja wieder null drücken wieder vergessen ah klar so ok dann nehmen wir die doch ein mit hier wenn wir schon mal dabei sind ja ich hab auch ähm bisschen so das gefühl als wenn's ja nachts nicht mehr ganz so gruselig ist wie früher ich meinte das früher mal dass das irgendwie nachts mehr Horden unterwegs war oder so ne dass das irgendwie man eher und mal Gefahr lief in so einer Horde zu geraten und wenn man da natürlich dann gleich irgendwie 20 Zombies hat die auf einen zu rennen beziehungsweise ja was war das je nach Einstellung ne 8 oder 12 oder 16. Kann schon ein bisschen heftig werden. Also man sollte da auch nicht zu übermütig sein. Dann, was soll das Ding hier noch? Waren wir da schon dran? Nee, ja. Okay, dann kann man ja schon mal eine Stufe tiefer gehen, würde ich sagen. Hier steht gleich der Bär. Hier tanzt gleich der Bär. Hier haben wir schon alles, ne? Blutbärmsten. Ja, hier noch die Autos. Ja, guck, da kommen wir noch so, wie es da Metall und dann Eisen und, äh, an Benzin und so. War schon mal ganz gut. Also auf die Zeit gucken, können wir direkt noch was machen. Waren wir mal ein bisschen. Wobei die Ausdauer, ach, da muss ich ja noch ein bisschen Autos schreddern. Das dauert auch immer noch lange. Aber das wird immer eine gute Ausbeute. Doof ist eigentlich nur, dass man, ja, dass die nicht wieder, äh, neu spawnen. Das sind diese Händler-Quests, wo man dann das Haus erst, äh, wo man dann das Auto bei so einem Haus in der Garage, ähm, erst lootet und dann, ne, die Quest startet und dann ist er wieder da. Ja, aber, was Benzin betrifft, irgendwann sind alle Autos abgefrühstückt. Man ist ja eine Menge, aber dann verteilt sich das ja immer weiter weg von der eigenen Basis. Spätestens dann sollte man, ähm, mal in die Wüste fahren oder anderweitig, im Grunde, Ölquellen aufgetan haben. Ach, jetzt komme ich hier wieder nicht raus, ne? Hm, sind das gleich Zendstimmer an hier? Achso, das geht ja einfach. Ach, machen wir das gleiche, hier ist noch ein kleiner Schutz gegen Zombies. Und hier müssen wir auch noch rein. Da hockt da bestimmt auch noch einer rum. Irgendwie ist hier nichts los. War ja ziemlich moderat, muss ich sagen. Ich weiß auch jetzt nicht, ob das an mir lag, dass ich zu ängstlich war. Aber, ah, ich glaube, einfach 15, einfach 16 war es irgendwie, habe ich mir irgendwie das kaum ausgetraut. Das war wirklich schwieriger, ich weiß es nicht mehr. Aber ich weiß hier das ja noch, also ich meine, dass das, ja, nachts ein bisschen, naja, leichter geworden ist oder handelbarer. Aber klar, wenn man jetzt irgendwie Game Stage, was auch immer, hätte, irgendwie auch Level 150 oder noch mehr, dann wird es auch irgendwann, ähm, ja, Sicherheit mehr Probleme geben. Spiegelbezug schon aufgehoben. Okay. Schauen wir erstmal hier mal rein. Ja, wir schauen. Hier ist hier auch ein Tresor drin, aber das nützt uns ja wieder nix, weil wir keinen Lockpicking haben. Oh, das können wir gleich eigentlich noch im Kuchen. Ob wir irgendwo ein Lockpicking-Tool herstellen können. War nicht hier irgendwo noch ein Tresor? Dann haben wir den ausgenommen, oder? Wenn der anderen nützt, kann ich auch sein. Was haben wir denn hier? Technik-Frieg, Hydraulik. Diese Vorgeschritte optimieren und der Hydraulik erhöht die Feuerrate von der Robotik-Werfen um 10%. Das ist doch nice. So. Bei dem Radau, den ich hier mache, dass hier da nichts passiert, also mich wundert das echt ein bisschen. Da ist der Tresor, klar. Ja, komm her. Wie, guten allen Zeiten. Ich habe letztens im privaten Game-Tresor gehabt, habe ich mich nachträglich geärgert, dass ich das nicht mit der, da habe ich ja schon eine Stahl-Spitz-Tacke, dass ich das nicht gleich so gemacht habe wie jetzt. Ich habe da, glaube ich, 20 Lockpicking-Tools verbraten. War richtig ätzend. Es gibt ja diese Candys, Bonbons oder keine Ahnung, mit diesen Automaten, die ja für kurze Zeit spezielle Fähigkeiten geben. Und das ist ja eins bei, mit der dann auf, mit 100% Chance und Tresor aufgeht. Ja, super. Sowohl ein Scherz. Ja, okay. 200. Silber für 200. Aber das geht dann, glaube ich, nur für ein paar Minuten, je nachdem. Und die Diakose schiebe auch Geld. Ich glaube, wir haben alles, ne? Okay. Ah. Ich glaube, wir haben alles, was hier ist. Oh. Oh. Was ist denn mit der Buchbude hier? Aber hier war doch noch so ein da hinten. Das machen wir noch eben. Jetzt nicht so ein kompletter, mehr oder weniger komplettes Haus, sondern mal eben hier die Kiste. Die sind nämlich auch ganz witzig. Da hat es geruckelt. Manchmal ist hier irgendwo in der Ecke noch ein Tresor, aber das nützt mir jetzt eigentlich auch wenig. Aufwachen. Ist ja keiner da oder was. Bauplan Schockstab. Ich habe den mal ausprobiert. Ich finde den irgendwie, weiß ich nicht, in höheren Stufen mit den entsprechenden Perks. Wenn man die gelevelt hat, ist das vielleicht was anderes. Dann halt so. Klasse. Der Loot-Effekt ist ja... Hier, da ist noch so ein Tresor. Ich wusste doch, dass hier irgendwo noch einer ist. Eigentlich muss es ja auch einen anderen Weg geben, so hoch, ne? Okay, man hätte hier den Frames zwischensetzen können. Das machen wir auch eben. Da ist nichts da oben, ist auch noch was. Na ja, da nehmen wir den auch noch mit. Also ehrlich gesagt, ja okay, jetzt ist morgen. Aber ich finde es schon schöner, wenn es ein bisschen dunkler wäre, ne? Aber ist klar, alles kein Thema für YouTube. Da wird das alles noch ein bisschen dunkler. Äh, muss ich das natürlich machen. Aber irgendwie ist so das Nachtfeeling dann auch weg. Aber okay. Ich kann das eigentlich hier wiederum stellen. Ich habe schon immer auf 60 stehen, ne? Standard ist 50. Aber zum Glück sieht das ja nicht mehr so verwaschen aus wie früher mit der Gamma-Einstellung. Jetzt mit der Brightness-Einstellung ist das schon riesig angenehmer. So wie hier ist jetzt auch wieder so ein Schrott drin. Dann mache ich nie wieder Tresor auf. Shot can messiah. War wir da schon drin? Nö, ne? Da sollten wir uns nochmal drum kümmern. Ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge mal. Wir sind ja leider jetzt schon wieder am Folgenende. Oh wehe. Okay, ein zweier Messer. Was ist das? Ne, ist das was? So, muss ich mich da jetzt hochschreben? Oder wie haben die sich das gedacht? Denke mal. Da oben ist doch vielleicht auch noch was. Das können wir gleich mal gucken. Ein Buch, was wir schon kennen. War ja nicht anders zu erwarten. Das ist ein schimmeliges Boot. Da ist nüscht. Okay. Ja gut, dann haben wir das Ding ja auch gleich mitgenommen. Das ist ein Holz sparen. Das ist ja noch so ein Ding. Aber das ist noch kaputter. Das ist noch was anderes. Das ist noch was. Hätte man ja alles zu Fuß machen können. Aber es geht ja auch um den Lagerplatz im Moped. Ja, darf ich sagen. In der nächsten Folge schnappen wir uns mal da den Schott-Gamesia. Schott-Gamesia, beziehungsweise das ist ja so ein Dreier-Block, so ein Häuser-Block. Ich weiß jetzt im Moment gar nicht, ob wir den schon hatten. Aber wenn nicht, dann Chorus das nächstes Mal. Okay, ja, Nacht war easy, ne? Und die Autos gelootet. Ein bisschen Benzin, wie viel haben wir gekriegt? Immerhin, 4000. Das sieht doch schon ganz gut aus. Gut, dann räume ich den Krams hinweg. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss. Tschüss. Tschüss.